Willkommen auf dem schönen Bremer Weihnachtsmarkt. Ich wollte euch mal sagen, warum Weihnachtsmarkt für mich auf jeden Fall zu einer richtig guten Adventszeit dazugehört. Ich war schon früher immer mit meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt. Ich durfte mir so ein kleines Lebkuchenherz aussuchen. Es war immer das Größte, auch noch mal ein bisschen rüber zu gehen, alles anzugucken, ein paar Stände zu entdecken. Es gibt hier ganz, ganz viele schöne Kunsthandwerker tatsächlich und man hat so viele Möglichkeiten, Sachen zu entdecken, die es sonst nirgends gibt. Ich liebe diese Beleuchtung. Ich liebe es, wenn es überall so schön duftet und riecht. Und das ist einfach schon die Einstellung, wo man sagt, bald ist endlich Weihnachten. Man hört die Musik, man sieht überall die schönen Sachen. Ich finde, es ist die aller allerbeste Einstellung, die es nur gibt. Und dann kann Weihnachten bald kommen und deswegen gehe ich jetzt ein Glühwein trinken. Frohe Weihnachten!